B. Nein. Und wieder von vorne. Ich bin zu blöd. B. B. Sehr schön. Sehr schön. Und weiter geht's. Schöne Katzi. Schöne Katzi. Vader ist kurz vor Ende. X. X. Wir haben Vader fast besiegt. Runter mit der Maske. Anakin. Uuuuh. Und wir haben Vader besiegt. Ah, vernichte ihn. Er war schwach. Gebrochen. Vernichte ihn jetzt. Und komme an meine Seite. Nein! Nein! Hilf ihm! Vader ist besiegt. Und wir müssen General Cota helfen. gegen den Falkenwandsmütten. Komm schon. Mr. Falkengesicht. Wir werden den Imperator töten. Wir müssen es schaffen. Shit. Oh, 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 oh. Au. Komm schon. Wir müssen irgendwie Energie bekommen. So, wir müssen... Nein, shit. Wir müssen gegen den Imperator gewinnen. Oh, oh, Schattenkrieger. Komm, den kriegen wir hin. Ja, man, wunderbar. Die Schattenkrieger haben nichts gegen uns auszurichten. Shit. Na, super. Ein Schuss und wir waren tot. Aber jetzt haben wir mehr Energie wiederbekommen und können den Imperator zerstören. Komm schon. Rebellion endet. Nein, wird sie nicht. Komm schon. Wir müssen es hier hinten verstecken. Hier hinten verstecken. Komm. Ja, sehr schön. Oh, oh. Kurz verstecken, kurz verstecken. Ah, nee. Oh, shit. Komm schon. Schnell hier. Schmeiß doch. Schmeiß doch. Du kriegst uns nicht. Ernichte ihn. Deine Hoffnung. Schwächt dich. Nicht meine Hoffnung stürmt. Sondern deine Schattenkrieger. Die haben nichts gegen mich auszusetzen. So, kurz blocken, damit wir die Macht nachladen können. Und dass wir ihn dann zerstören können. Oh, daneben gefeuert. Shit. So. Huch, schweigeabend. Ah. Wir müssen uns hier kurz verstecken, damit wir wieder auf, ohne Probleme hier stehen können und weiterkämpfen können, sobald der Imperator aufgehört hat, seine Spielchen hier zu treiben. Komm schon. Gegen den Falkmann müssen wir es doch hinbekommen. Oh, scheiße. Ein roter. Oh, shit. Okay, wir haben wieder Energie bekommen. Oh, der ist um einiges stärker. Der ist um einiges stärker. aber nicht stark genug, um gegen uns zu kämpfen. Ja, komm schon. Du feiger, alter Mann. Mal gucken, ob er uns hier trifft. Ja, natürlich. Shit. So. Wir sind kurz vor Ende. Komm schon. Ruf jemand von deinen Schatten. Alter Mann. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben ihm immense Energien abgezogen. Was war jetzt das? Er hat doch nichts gemacht. So, dann müssen wir einfach nochmal so kämpfen. Aber warum kann der so ausweichen? Nein, es hat schon Darth Vader gemeint. Na, dem wird nicht so sein. Steh auf, steh auf, Starkiller. So, kurz hier. Au. Doch keine Deckung suchen. Oh. So. Komm schon. So, du wirst jetzt leiden, Imperator. Die blauen sind ja nix. Die kriege ich ja gleich fertig. Brauche ich ja nicht mal meine gesamte Macht. Ups, daneben geschossen. So. Der zittert vor sich hin. Au. Hör auf zu brennen. So, alter Mann. Du hättest an meiner Seite. Hätte ich, aber ich bin ein guter Mensch. Steh auf. Steh auf. So, gib mir deine Energie. Au. Nein, nein, nein. Nein. So. Oh, Schwein gehabt. Wir haben uns noch mal Energie holen können. Das hat uns gerade so gerettet. So, der Imperator fällt und fällt mit der Energie. Oh, verdammt. Wir haben zwei rote. Es wird nur böse ausgehen. So. Nein, nein, nein. So. Sehr schön. Bonus-Ziel erfüllt. Schauen wir, ob wir den Imperator zerstören können. Nun endlich. Und am besten diesmal ohne etwas abzubekommen. Hoffen wir es. Wir haben viel zu wenig Energie. Ich bin schon immer dein Fahrer. So. Warst du noch nie? Nein. Nein. Och, nee. Oh, das gibt es doch nicht. Oh, Mann. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ah, ja, klar. Jetzt gleich nochmal so eine Ladung. Alter, Mann. Alter, Mann. Die Rebellion endet viel. Schon wieder. Mit deinem Tod. Nein, wird sie nicht. Nein, wird sie nicht. Sie wird entstehen. Durch dein Tod. Deine Hoffnung schwächt nicht. Kommt schon. Tut sie nicht. Nummer eins ist weg. Oh, der zweite ist auch schon hinüber. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, hallo? Rein theoretisch müsste das uns ein bisschen Schutz geben. Boah, der alte ist aber ganz schön schnell. So. Jetzt kommt die blaue Garde wieder. Aber sie ist schon tot. 50 Prozent. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten wieder töten. So, weg mit dir. So, wir campen jetzt mal kurz hier hinten. Du hättest an meiner Seite herrschen können. Du hättest an meiner Seite herrschen können. Aber es wäre nicht gut gewesen. Denn wir haben uns entschieden, ein Jedi zu sein. Was immer zu schwach ist, für die du mir leid. So. So. Shit. Nein, das ist doch nicht wahr. Oh, Mann. Ey, mich regt's extremst auf, dass... ...dass der nicht früher zwischenspeichert. Sondern erst immer so früh, oder so früh gespeichert hat. Das ist dann... Au. Immer extrem nervig. So, komm her. Au. Hey, das ist doch schlimm. Eigentlich hätte ich ja die Möglichkeit... ...müsste ich die Möglichkeit haben, angreifen zu können. Du warst immer zu schwach, du dunkle Seite. Nein, komm. Starkiller. So. Ja, die Dinger kriegen mich eh nicht. Imperatörchen. So. So, Schwertkampf. Und hier hin. Ja, schmeiß doch. Feigling. Du kriegst mich eh nicht. Ja, der Nachteil ist, wir haben kaum noch Energie. Im Gegensatz zum Imperator. Okay. Nein.